Aloha, ich habe eine kleine Info für euch und zwar, dass ihr euch nicht wundert, ich werde heute Nachmittag das Steigerlied nochmal aufnehmen, weil ich nach meiner Aufnahme, als die Aufnahme schon fertig war und schon veröffentlicht war, erfahren habe, dass es noch eine Strophe gibt und ich möchte ja keine Strophe auslassen und alles einbringen, weil wenn, dann mache ich es richtig. Also nehme ich es nochmal auf und dann sind halt zwei Versionen drauf, ist ja nicht schlimm, aber dann sind definitiv alle Strophen da. Wollte ich nur eine kleine Info geben, dass keiner irritiert ist, dass ihr nicht denkt, jetzt fängt die Alika an doppelt hochzuladen. Das hat schon alles seine Richtigkeit, damit alles vollständig ist, alle Strophen. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß, heute Nachmittag wird das aufgenommen und dann gleich veröffentlicht. Okay.